Ich bin der Donny Aschenwald aus Schäffau. Ich fahre jetzt 72 Jahre Ski. Mit meinem siebten Lebensjahr hatte ich angefangen. Mein Vater hat mir damals so alte Paras-Ski angeschnitten und hat die Schuhhaufe genagelt und mit denen habe ich angefangen. Und das begeistert mich immer noch, das Skifahren. Und ich lebe da in Schäffau, in der Skiwelt, wo ich jeden Tag auferfahren kann und Skifahren kann und mich daran erinnert, wie sehr sich alles verändert hat. In der Technik, in der Ausrüstung, in den Pisten. Das ist fantastisch, weil wenn ich drüber denke, an die frühere Zeit haben wir uns die Bahnen zum Skilähen selber austreten müssen. Und trotzdem gefällt mir das alles miteinander auch richtig gut und ich hoffe, dass ich nun lang, lang Skifahren kann. J.-B. Untertitelung des ZDF, 2020